Willkommen zurück zu Guake Melee 2. Und das ganze spielen wir auf der Switch. Wir sind das super Huhn und gehen jetzt mal rein, denn wir kriegen wahrscheinlich eine neue Fähigkeit hier irgendwo. Okay, jetzt müssen wir uns bekämpfen. So. Oh, warte. Ich hab keine Power mehr. Aber ich kann auch immer spicken. Das war nicht so schwer, aber kann man da oben diesen Slide trotzdem machen? Geht auch gar nicht, oder? Wir müssen von der anderen Seite kommen, jetzt lass mal hier runter. Das können wir auch nicht einfach so machen. Okay. Oh, du Arsch. Oh, du Arsch. Oh, du Arsch. Okay. Oh, du Arsch. Okay, das ist so schnell. Oh, du Arsch. Oh, du Arsch. Oh. Oh, du Arsch. So, muss das gewesen sein, oder? Ne, das war einer. Spacko! Komm, weiter geht's runter. Ah, schon wieder. Das ist gleich nochmal. Okay, aber hier kann man natürlich ganz cool. Keine Power mehr, warte mal. Okay, nächster. Ah, guck mal, oh, warte hier. Wollen wir mit, die ganze Kohle mitnehmen? Da. Ding war von ihm. Bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt. Herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt. Um ein Ei zu legen. Ja, ich kann ein Hühnerei legen. Wie cool. Was? Nein, das existiert nicht. Nein, du kannst es auch nicht werfen. Obst du es gut ist? Was ist das für eine Frage? Es ist ein Ei. Wenn das Wunder der Geburt nicht beeindruckend genug für dich ist, kannst du gleich gehen. Der Ausgang befindet sich hinter mir. Oh nein, das ging ja auch wirklich mal. So. Okay. Oh. Oh. Mein Gott. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Ah, okay, das geht auch. Ah, so den ganzen Weg nach oben gehen, wahrscheinlich. Ah, okay, warte, das weiß ich, wie ich es mache. Oh. Okay. Okay. Warte mal. Ah, okay. Nein. So geht's. Nein. Ah, okay, warte. Nein, warte. Nein. Nein, das ist ein Scheiß. Na, oh, Leute. Okay, jetzt war. Ich muss noch mal diesen Move machen, warte mal. Okay, was wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. So kann ich da nicht nochmal, ach so, warte mal, kann ich den nur einmal machen? Ja, ja, okay. Nee. Ich kann aber keinen Special Move machen, warte mal, ich muss dann einmal auf den Boden kommen. Wie komme ich denn da hin? Warte mal. Ach so, warte. Warte. Okay, aber so ist es richtig. Oh nein, ich müsste natürlich da ran. So, Alter. Ich kann auch echt alle Register ziehen hier. Jetzt kommt jeder. Yes. Unser Leben geht noch höher. Sehr cool. So, was immer wir mit dem Ei machen können, wir machen es jetzt. Ich weiß nicht, wofür das Ei gut ist. Auf die Karte gucken. Naja, wir müssen nochmal hier rüber. Wofür ist das Ei gut? Gute Frage. Gehst du zum Schlanktempel, auserwählter? Geht zur Isla Bonita, sie ist direkt hinter diesem übermäßig langen See. Überquere sie und du reißt den Schlanktempel. Guten Flug. Was machen wir denn? Wir können ja diesen Move hier. Isla Bonita, dunkelste Zeitlinie. Gut, gut. Na gut. Weg zum Schlanktempel, dem werden wir es hinkriegen. Ah, guck mal. Wie schön, dass es hier ist. Seht ihr nur den Wasserfall an? Wenn die Elten nicht wenden würden, wäre das ein perfektes Urlaubsort. Der Schlanktempel müsste direkt hinter der Kirche sein. Na, dann wollen wir mal. Na los. Hier können wir auf jeden Fall jetzt schon mal speichern nochmal. Also nicht speichern, ähm, uns transportieren, wenn wir irgendwo hinwollen. Anscheinend ist es selber doch eine echte Gefahr. Wie viel Schaden kann der Mann schon anrichten? Haha. Sollen wir mal reingehen und gucken, was für Moves wir hier machen sollen bei ihm wieder? Zeit für den Headbutt. Das Konzept sollte hier schon von einem Blick in den Spiegel vertraut sein. Haha. Ja, du bist ein Spasti. So. Ich kann noch mehr, pass auf. Ach so, keine Ahnung. Ich kann noch mehr, pass auf. So. Ich hab's auch beides gemacht. Nochmal. Dann können wir nochmal, wir können so lange, wie wir wollen. So. Jetzt musst du schnell sein. Versuche den Power Move in einer Rolle zu unterbrechen. Oh Gott. Ah, okay. Gut, warte mal. Nein, ist noch verkehrt. Nochmal. Oh, es war fast. Aber es muss ein anderer Move sein. Okay. Kriegen wir auch hin. Pass auf. Das habe ich nicht erwischt. So war es in diese Richtung, dann geht's vielleicht. Ja. Schöne Hintern, also Kopf, nein, Kopfschuss, Headbutt, Mensch. Weiter im Text. So. Hier ist wo es. Speichern. Wer ist hier denn? Dieser schwarze Aquarium im Himmel ist sehr gefährlich für uns. Kann er uns schaden, wenn wir schon tot sind? Nein, kann er nicht. Okay, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir fliehen längs. Oh, hübsche Frau. Von hier aus hat man die beste Aussicht auf die Stadt. Ist nicht ganz ohne. Nun gut. Wenn sie es sagt, wenn sie es sagt, ne? Mit der Herr, mir kommt die Musik so immens laut vor. Was ist der Ton, der so laut ist? Okay. Hui. Ja, wir sind bei der Kirche. Ich fühle mich hier so zu Hause. Die majestätische Wasserfläche, die kleinste Atmosphäre. Ach, so muss es sein. Nein. Buenas tardes, Lujador. Diese Maske, die du erträgst, sie ist etwas ganz Besonderes. Auch wir hatten einmal eine solche Maske. Ritt näher. Ich erinnere mich. Er war ein süßes Kind. Ich fand ihn in meiner Türschwelle vor. Oh, guck dir das an. Das kleine Baby wird ja toll auf dem Kopf. Oh, ich habe vergessen zu lesen. Diese Insel wurde ein Zuhause für Chava. Er war immer ein entschlossener Junge. Der Wasserfall war sein Lieblingsort. Er wollte ein starker Lujador werden. Und er wurde stark. Seine Technik war ohne Gleichen. Doch ich hielt ihn nicht für bereit. Sein Geist war nicht stark genug. Und die Böse der Maske. Das findet er nicht gut. Seine Verzweiflung lastet immer noch auf mir. Vielleicht hätte ich ihn einen anderen Weg finden können. Vielleicht hätte ich ihn retten können. Doch ich habe versagt. Und die Dunkelheit sollte ihn an sich reißen. So ist er also entstanden, der Bösewicht. Das Versprechen, das ich an jedem Tag leistete. Ich habe es bis heute nicht gebrochen. Ich schwor, ihn bis ans Ende seiner Tage zu lieben. Naja, wie auch sein. Hier kommt Wonderwall. Kannst du das spielen? Oasis? Ich bin gespannt. Salvoros Theromy findet im Tempel der Schlange statt. Unsere Wächter werde ich hineinlassen. Er ist gleich links. Die Maske verzehrt ihn doch, Hador. Tu, was du tun musst. Gut. Links hat sie gesagt, ne? Ich renne rechts. Ich habe viel über die Zeitlinien Risse und El Otromundo gelesen. Tatsächlich muss es unendlich viele Zeitlinien geben. Kannst du dir mich unendlich viele Male vorstellen? El Otromundo gewährt Zugang zu all den anderen Zeitlinien. Aber es muss ein ziemliches Wehrwahr sein. Aber eigentlich verwendet El Otromundo alle Zeitlinien. Super gut. Du darfst eintreten. Viel Erfolg, Hador. Ach, Juan, mehr möge dir lachen. Aha, deine Supermobus haben dich so weit geführt. Ja. Sieh an, sieh an. Mein Schüler, ein Champion. Und die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Ich, Ruiz, Ramirez. Danke dir für dein Vertrauen. Du wirst auf jeden Fall sterben. Grüß, Salvador. Mit einem Faustschlag von mir. Gut. Wir werden es schaffen. Templo de la Sepiente. Los geht's. Ab zum Schlangentempel. Na, der scheint ja klein zu sein. Wo kann er bloß der Eingang sein? Ach, hier vielleicht. Im Mund. Na, guck mal. So. Schlangentempel. Die Schlangentempel, den gehen wir noch ein bisschen an, oder? Wenn wir schon mal hier drin sind. Das brauchen wir wahrscheinlich alle. Oh, okay. Oh, okay. Oh, warte. Da müssen wir alle Fähigkeiten einsetzen, wie man sieht. Oh, okay. Action. Oder auch nicht. Oh, Mist. Oh, okay. Nein, blöd. Oh oh. Hat er mich erwischt? Ja, ok. War gar nicht zu schwer. 2 Gen. Hat er auch echt geile Fähigkeiten bekommen, oder? Ich weiß schon, wir können ja schon richtig viel eigentlich noch mal belegt. Ah ok, das ist natürlich nicht so leicht. Aber das ist doch gar nicht so schwer. Oh. Oh. Ok, da kommen wir noch runter. Ok. So, gespeichert und warte geht's. Oh. Oh. Oh, geh doch da runter. Scheiß auf dich. Wo geht's auch? Oh nein. Nur umgegengekommen. Scheiße. Das ist natürlich schlecht. Da muss man natürlich aufpassen. Aber. Das ist mal wieder eine geile Ecke hier. Oh. Oh. Oh nein. Nur umgegengekommen. Oh shit. Oh shit. ist eng verdammte mist müssen aufpassen hier die besucher mal aber jetzt und die da noch zack nicht getroffen werden aber ich komme hinterher nach mario rossi rossi nein dann lassen sich das leben scheiß drauf es gibt doch gar nicht warte, aber ich kriege den jetzt da oh nein, scheiße ok Ok, ok. Oh, jetzt geht's wieder ab hier. Jetzt geht's wieder ab. Ok, hab ich trocken. Macht nochmal nix. Denn ich hab diesen noch. Oh nein. Keine Power mehr. Oh, Blond. Ok, es wird beschleunig jetzt. Ok, das war jetzt doch... Warte, warte, warte. Nein! Shit, da hätt ich ein bisschen warten müssen. Aber jetzt kriegen wir's ja nicht los auf. Haha, komm her. Oh. Oh, getroffen. Oh nein. Jetzt aber. Oh nein. Shit. Genau in seine Fänge gelaufen. Jetzt aber. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh, er hat mich getroffen. Komm her. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, du da. So. Das war's aber. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, warte geht's. Oh, speichern. Ah, hier. Oh, so ein Super Mario Ding. Geil. Okay. Oh. 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 So ein fieses Teil. Alter Schwede. Oh. Wow. Oh. 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 Was ist das? Okay, warte, warte, warte. So. Ein bisschen aufräumen hier. Wollte man hier auf dem Kopf stehen müssen? Nee. Soll ich mal hochkommen? Ach so, warte. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Die Frage, ne? Oh nein. Oh, aber... Das war der richtige Weg, glaub ich, ne? Gar nicht so... Gar nicht so einfach. Starre in den Kopf dürfen wir nicht treffen. Schon passiert. Okay. Ein bisschen hoch sind wir gekommen. Jetzt wissen wir mal, warum Schlangentempel heißt. Weil hier nur Schlangen sind. Oh, ein kleines Kämpfchen. Ach so, da kommt die Schlange kommt langsam, okay. Ja, das kommt immer auf, ja. Oh, hier muss man aufpassen, wenn die Schlange durchkommen. Wie cool ist das denn? So. So, warte geht's. So, warte geht's. Nein, schon wieder? Nein, schon wieder? Äh, ich hab doch da... Na gut. Äh, ich kann noch was überlegen, wie soll ich das immer... Ach doch, jetzt weiß ich, okay. So, das war zu spät. Ich muss nach oben springen wahrscheinlich, ne? Oh nein! Oh nein! Oh, aber okay. Aber das war ne gute Taktik zumindest. Gute gar nochmal. Oh! So bin ich runtergerutscht. Ja, egal. Noch einmal! Oh, schon wieder! Ich muss immer früher drücken, sonst fällt das nix hier. Oh! 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 Nein! Wieso springt der nicht? Wieso springt der ne kleine Lojado nicht? Okay. Diesmal verstehe ich es gerade nicht, aber naja. Wieso springt der nicht? Ich hab doch gerade eben auch den ganzen gesprungen. Ich geh gerade nicht. Mann! So. Schon wieder. Man muss echt schneller sein, ne? Wenn ich in Luftwärm schon drücken. So. Dann. 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 Da. Hallo. Part 2 langsam. Ich hab ihn mit ihm. Okay. Mann Jetzt reicht's auch, ne? Ah, okay, warte mal Ah, ist er weg Gehen wir hier weiter Da schläft einer Ja, doch, ich muss mit ihm beeilen Nein Okay, hier muss man richtig schnell sein Das kann ich aber sein Ich kann der Turbo sein Sei der Wind oder mein Flügel Oh Das war glaube ich noch nicht alles mit der Schlange Ich glaube, die kommt nochmal Oh Da wo ist er da? Machen wir unten fertig Ich spacken Oh 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 Okay, du willst auf die Harte, oder? Krieg's auch Okay Mann So, und der letzte noch hier So Ach, da jetzt kann man da oben längst Okay Was soll das? Was soll ich denn? Und runter Okay Okay Reichen Und nochmal runter Heieieieieieieiei Gut Halben Schlangtempel haben wir, glaube ich Wir machen hier mal Pause Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei Bis dahin Tschüss Das war's estát Und ich Obtäne